Wie kommt denn wohl das Rennpferd fort, von einem Ort zum anderen Ort? Mit Galoppel, 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 Galoppel. Wie kommt denn wohl der Hase fort von einem Ort zum anderen Ort? Und dann kommt noch ein Nashorn und zum Schluss heißt es, wie kommt denn wohl der Erfe fort und dann ist dieses wunderschöne Litzende.